Ja, liebe, liebe China Mu, der ist von du, von dir, ein Sonntagsracher aus der Abteilung Europäische Weltklasse vom Olli. Tochter kommt zu ihrem Vater und sagt, du Papa, ihr hätt ganz neusther iPhone. Dann sagt er, wie heißt das Zauberwort? Dann sagt sie, Larissa. Dann sagt er, was, Larissa? Dann sagt die Tochter, ja, dein Verhältnis. Dann sagt der Vater, möchtest du eine iTunes-Gutscheine und Höhenschutzhild dazu? Oh Jesus, oh Jesus. Ja, ich soll dir schierter helfen. Welchen Gutschein. Und ein Schutzhild. Oh Jesus. Was ist denn ein Kracher?